oh Gott verpiss dich Batman Hi Leute und willkommen zurück zu Wilson's Heart ja wie immer danke an Oculus für das schöne Gerät hier und die Armbändchen sind dran richtig verpisch dich so es ist so cool hier aber ich hab ein bisschen Schiss wir machen weiter weg damit oh nein was mache ich denn jetzt Feuerlöscher sehr gut wo geht das Teil auf okay dann müssen wir uns halt direkt davor stellen schön das Teil ist leer oh Leute ist das mies erstmal hier ein Brand gelöscht wir haben das ganze Gebäude gerade gerettet oh Visitor Area schön ach ja ich find's total geil Leute ich hab gestern was gespielt im Livestream oh jetzt will ich mir die Haare weg machen wegen dem Kabel ist auch nicht nur Affected the Manor ist das Schlimmste was ich je gespielt habe bisher ein Horror Spiel aber vielleicht übertrifft das hier ja Affected noch ein bisschen mal sehen oh Gott äh I do love the smell of crumpets in the morning crumpets definitely not my cup of tea cool feelings äh seltsame Gefühle mh okay ich find's total cool dass hier diese Comics da drin sind übrigens ja ihr könnt selbst lesen es ist zu verschwommen ich seh da nichts oh nein da endet der Comic was I'm with child blimey Banana Mac mh Peanut Brittle geil Erdnüsse er hat gerne den Kaffee Moment ich holte mal ein kleines Stück hinter und gucke mal ob ich richtig sitze und resette nochmal die Sicht weil jetzt kann ich vielleicht ein bisschen weiter runtergreifen oh das ist so geil Leute das ist so plastisch fantastisch fantastisch so plastisch what the hell aber da steht so hm du bist eine verdammt hässliche Göre aber so richtig hässlich oh man dieses Kabel warte mal ich muss das mal ein bisschen ah da hängen halt noch ganz viele andere Kabel die ziehen das ein bisschen nach unten ich hab das nicht befreit vorher das war sehr dumm ah ist das hässlich das Bild oh man das ist so blöde kann ich mich nicht ah das mit dem Stein ist echt ein bisschen kacke oh nein what is that steam this is not helping Hulk smash ich mach das Ding kaputt oh man ich bin schon wieder aus meiner Zone raus ach nee was hab ich jetzt wo bin ich denn Arschgesicht mit Ohren so ich sign in hat er jetzt echt Wilson das ist so cool oh da gibt es Minzbonbons oh Gott Leute ich schwitze ein bisschen das ist furchtbar da komm ich her äh genau warum ist denn hier schon wieder die Zone zu Ende wo ich dann das ist scheiße ich will noch ein bisschen weiter noch wo ich doch etwas vor sorry okay ja jetzt könnte ich mich wieder hier ein bisschen mehr rumschwenken mit der Hand hallo so da möchte ich hin danke das ist so cool oh ich hab'n Hammer kann ich da die Sachen aus dem Inventar holen gar nicht oh ich bin Rockstar ich schmeiße alles kaputt so weil ich es benutzt habe so da komm ich her ne da noch mal ein die Toilette ah Sicherheitsglas oh nein oh wie gut dass es hier richtig neblig ist oh man bitte nicht hallo is there anybody in here do you need help oh oh ja dahin kann ich gehen oh god Leute soll ich das oh da ist Blut auf das ist keine gute Idee man ach mach doch ja ach ich muss doch schließen dass ich hier was sehe ich hab's verstanden hier kam die Silhouette ist schon zu ja hier noch einer und jetzt jetzt gehe ich doch wieder raus ist doch das ist doch totaler Quatsch warum gehe ich jetzt wieder raus nein warte ah das ist doch blöde nein nein ich will doch ja ich will doch mal da rein da war ich ja schon da geht es aber nicht weiter ich war hier aber mit beiden Händen also überkreuzt natürlich so geht das da oh god damn ich hab's doch drauf Mensch so jetzt kann ich hier hin cool oh god dr harcourt oh scheiße und jetzt nicht aufwachen ja ich sag's dir mach nicht mach nicht ich sag's dir ich sag's dir ich glaub nicht dass der tot ist leute ich will mich nicht umdrehen oh god ich bin weg was ist das ich sag's dir ich sag's dir ich sag's mir ich sag's dir ich sag's dir oh Oh Gott damn it. Listen, the doctor is dead. Someone beat the living hell out of him. Okay, sir. Let's do a quick check-up to see what is going on with you. I want you to follow my finger, please. Now this one. Woman, are you nuts? This will just take a moment, sir. What's wrong with you? Over here now, please. Oh my God. Now, around the world. Just follow around. You can do it. There's a dead man back there and you're trying to... Stay with me, sir. Listen, god damn it. Something is very wrong in this place. Just a few more seconds. Why will you not listen to me? Where is everyone? What the hell is going on here? Oh, the bear. There now. That wasn't so bad, was it? Look at me, the bear. Let's get you back to bed. The bear! Wilson! Excuse me, sir? I didn't say that. Oh, dear. You're more delirious than I thought. Lady, I didn't say my own damn name, all right? Oh! I'm alive from her! My God. Oh, still, damn it! Willie! Looks like we got a live one here! Still, so weak. Get off her, you son of a big... Get out! Get out! Get out! Get out! Well, where? Come on! Hey, no! We're going to find help! Hang on! Oh God! What shall I do here? I got this one covered, Wilson. Oh! Keep on doing your thing! It's key! Nope, it's not. Which one? Not too! It's key! No! Come on! Nein! Nein! Geh noch! Der Bär ist hinter mir! Geh da! Du hörst doch nach der... Geh da! Geh da! Oh Gott! Ciao! Ciao Schwester! Tschüss! Er hat sie einfach getötet. Aber wie? Oh Gott, dieses Kabel! Oh mein Gott! Da hat die Frau... Ach komm, was soll's! Geh die Kräfte, helft mir! Da, helft mir! Oh Gott, ich schwitze! Was macht denn die Zeit? Das geht noch! Wir haben noch ein paar Minütchen! Huch! Oh! Oh! St. John... ... 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 Ich bin nur ein Mitglied. Ich bin ein Mitglied. Ich bin ein Mitglied. Ich bin ein Mitglied. Und wer haben wir hier? Lucy. Hallo. 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 Schaut her zu hoch und runter. Alle Linien verbrechen sind. Genau! Selbstverständlich, wir haben eine andere Probleme. Wie großartig. Es scheint nicht zu sein, keine theo Gevälter zu reinen. Die meisten drücken und fürchten sind oder verwenden ... zu ... Disappear? Ja, so etwas wie das. Ich erinnere mich, und dann bin ich aufgewachsen und alles war so, wie das. Gut, dann, Herr, du sollst nicht auf und abonnen so schnell nach einer Operation sein. Ich habe nicht die Operation, glaube ich. Du denkst? Schau, Frau, wenn ich die Operation habe, würde ich wissen, okay? Okay, ich bin sorry. Schau, hast du jemanden gesehen, da? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass die meisten alle auf den ersten Schmerzen sind, also wir gehen, wir müssen folgen ihre Leid. Ja, gut mit dem Glück. Auch wenn es keine Sinn macht, diese Runde scheint nicht zu haben, und die Tür, die wir kamen durch, ist weg. Wie es verabschiedelt. Fucking Bullshit. Ja, ich habe auch gesehen, das Trick, aber es bedeutet, dass es noch ein weiterer Weg gibt. Ja, bitte, Mann, schau dich aus. Ich... Ich habe eine Theorie. Es könnte... Was bist du mit, Frau Frau? Ich... Ich habe einen Kollegen hier. Dr. Arthur Harcourt. Oh. Er erzeugt Daten von mystischismen all over der Welt. Any kulturelle, die einen Link zu haben. Er... Er erzeugt, dass... Individuell, ihre Magik ist impotent. Yet, taken as a whole. There just might be something to their paranormal claims. It is the possibility that the supernatural is, in fact, reality. Poor shit. Take a look around you. How else can you explain the things we've seen? If we can find him, Dr. Harcourt will be able to truly explain what is happening here. I hate to break it to you, but I think I came across your Dr. Harcourt. Or at least what's left of him. You mean... He's... He's dead? Afraid so, sweetheart. No. This can't be. I'm... I'm sorry. I... I found this in his office. Looked like he was trying to hide it from someone. Ah, wie ist das? Ich hab' nicht mehr genug gewusst. My God. It's... It's... His journal. Harcourts notes. Das macht ihr Albträume. You never let anyone examine them. This book contains all the data he has ever compiled. Scientific formulas, linking spells, hexes, curses... So, so, was bedeutet das? Kann dieses Buch, kann es uns irgendwie helfen? Ich, ich weiß nicht. Vielleicht. Einige Pächer. Pächer sind weg. Warte einen Sek... Vorher, bevor wir uns aufzuhalten, habe ich das in diesen Pantlen gefunden. In meinen Pantlen. Ich meine... Es war auf dem Boden. Ich habe es in meinem Pocken genommen. Hier. Ja. Das ist vom Buch. Ich habe noch mehr. Warte. Gleich. Moment. Oh nein. Was ist falsch? Ich... Ich weiß nicht. Es knackt. Ich habe einfach... Jezus. Ich verstehe nicht. Ich wusste, dass du eine Operation nicht passiert hast. Es gab nicht. Es gab nicht. Es gab nicht. Du bist schweig. Das... Das wird es knackt. Ich entschuldige. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich würde mir... Ich würde mir... ... ein apparaten der kraft zu kraften. Ein Instrument von Wissenschaft und Mistik. Wenn das wirklich die Geräte ist, dann könnte es die ganze Zeit sein. Wenn du... ... wie schweig... ...might... ...might... Hurry, zurück in deine Kiste. Würde ich ja gerne. Wow. Geil. I don't know, I don't know. So many pages are missing. Wait, here. For the apparatus to function, a sacrifice must be made. And the original heart placed in a vessel. Ugh! Another missing page. What vessel? Elsa, look at me. Where the hell is my heart? It must be in the hospital. It has to be. Implanting this device inside your body must have caused everything else we've seen happen. But, but you can fix it, right? And me, with that. If I had all the pages, maybe. As of now, the text is incomplete. I wouldn't know where to begin. The pages are freshly torn. There must be more around somewhere. Then we find them. And my heart. Well, how? Okay, we can't even get out the room. Well, God damn it, we find a way. That's a great plan. Maybe I'll just yell, uh, open sesame and a door will appear. So einfach geht das. Okay, ihr lauft vor, ich komm nach, ja? Tschüss. Geh doch. Oh, Leute, das Spiel wird immer besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.